Jetzt wollte ich zu dem Thema kommen, was wahrscheinlich sehr wichtig ist, gerade jetzt im Ramadan. Man kann eigentlich immer wieder darüber reden. Ich war jetzt vor drei Tagen schon, hier habe ich vor einer kleineren Menge geredet. Subhanallah. Der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, der sagt, Sei in der Dunja im Diesseits, wie ein Fremder oder wie jemand, der auf der Durchreise ist. Als einer erstes, was verstehen wir darunter? Sei in der Dunja, in dem Diesseits, wie ein Fremder oder wie einer, der auf der Durchreise ist. Als einer erstes Bruder und Schwester im Islam, das sind nicht meine Worte. Das sind die Worte des Propheten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Und der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ist vom Allmächtigen Gott von Allah Subhanahu Wa Ta'ala geschickt worden, um die Menschen mit der Erlaubnis von Allah, von Zulumat, von den Finsternissen zum Licht, zum Nur zu leiten. Und der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, der redet, wie Allah im Koran sagt, nicht von seinen eigenen Lüsten und Gelüsten, sondern das, was er sagt, ist eine inspirierte Offenbarung. Das heißt, wenn er dir dies sagt, lieber Bruder, liebe Schwestern, ist das eine wichtige Sache. Und jetzt gucken wir mal, sind wir Fremde im Diesseits? Sind wir Fremde hier und sind wir wie auf der Durchreise? Oder leben wir wie die schlimmsten Kuffar? Dass wir alles mitnehmen wollen. Dass wir uns hier einen Schatz aufbauen wollen. Dass wir hier unsere, also dass wir uns Häuser bauen. Ich meine Häuser bauen ist jetzt nicht in dem Sinne verboten. Aber dass wir uns versuchen, hier unser Reich aufzubauen. Und vergessen dabei machen, gerade bei dieser Sache Fehler. Und das sieht man heutzutage bei vielen Muslimen. Da sollte man sich erstmal fragen, bist du wirklich wie ein Fremder? Ist dein Ziel wirklich Akhirah? Weil warum sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, sei im Diesseits wie ein Fremder? Oder wie jemand, der auf der Durchreise ist? Denn der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, auch Allah sagt im Koran, und dieses Leben, das ist auch in Zutl-Ankabutu, also dieses Hayat-i-Dunya, ist nur Zeitvertreibung und Spiel. Und das jenseitige Leben Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Das jenseitige Leben ist im Gegensatz zu dem Jenseits so, als wenn jemand den Finger in den Ozean steckt und dann hat er das, was er an dem Finger hat, das ist das Diesseits, dieser Tropfen Wasser, und der ganze Rest der Ozean ist das Jenseits. Das heißt, wenn du hier vielleicht das Vernünftigste, so ein schönes Leben hast, und du hast so viel Geld, und Frauen, und Reichtum, und Autos, und Hubschrauber, und weiß ich nicht was, und fährst sogar dreimal im Jahr zum Ballermann 6 oder 7, ist ja egal. Das wird demjenigen alles nicht nützen, wenn der auch nur eine einzige Sekunde in die Hölle geht. Eine einzige Sekunde, der wird alles vergessen, was er jemals hier gehabt hat. Und jetzt, was hat der Prophet zu ihm gesagt? Das jenseitige Leben, hier die 78 Jahre, oder egal wie lange du hier bist, ist gegen das Jenseits wie, als wenn du den Finger in den Ozean steckst. Stell dir mal vor, du bist in Marokko, oder egal wo du bist, am Meer, und du steckst den Finger in den Ozean. Hey, dieses Leben ist gar nichts. Und das ist auch ein Beweis für unsere Religion. Weil das, was wir haben, die Schmerzen, die man spürt, viele Leute draußen, wenn du ihnen sagst, ja glaubst du an Gott, dann, nee, ich glaub nicht an Gott. Warum passieren so viele Ungerechtigkeiten auf der Welt? Das Geheimnis ist, Allah kann für alle Ungerechtigkeiten, die jemand hier erlebt, kann ja in die Ewigkeit entschädigen. Meint ihr, wenn der in den Jänner geht, der wird sich nochmal daran erinnern, ach ja, ich hatte mein diesseits ein gebrochenes Bein gehabt? Oder wie? Bin beim Eiskunstlaufen hingeflogen, oder wie? Das wird den gar nicht interessieren. Deswegen, das ist das eigentliche Leben, ist das Leben in Akhirah. Und jetzt, was sagt Allah weiter, was die Menschen machen, jetzt mit diesem eigentlichen Leben, das Leben in Akhirah? Normalerweise, wenn dir einer erzählen würde, pass auf, lebe ein Jahr, du musst ein Jahr zur Schule gehen, danach kannst du ein Leben lang, hast du einen super Job, oder du machst ein Jahr Ausbildung. Dann würde ich sagen, super, die ein Jahr Ausbildung, da habe ich vielleicht wenig Geld, aber danach habe ich, lebe ich gut. Sagt der, wunderbar. Aber was ist in Akhirah? In Akhirah ist nicht, ja okay, lebst du gut, lebst du schlecht, hast drei Zimmer oder zwei Zimmer Wohnungen, hör mal. Das geht zum Paradies in Hölle. Zwei absolute Gegensätze. Deswegen, das ist also, was uns wichtig, was unser Ziel sein muss. Und was sagt Allah im Koran? Die Suche kennt jeder. Fast in jedem Salat al-Jumma wird es gelesen. Doch sie bevorzugen das diesseitige Leben. Die Menschen, ihr, ihr bevorzugt das diesseitige Leben, sagt Allah. Und dann, was sagt er weiter? Um die Menschen zu erinnern, Und das Jenseits ist besser und bleibender. Bleibender denn hier? Guck dir den reichsten Mann der Welt an. Wenn er sein Augenlicht verliert, er würde sein ganzes Vermögen ausgeben, wenn er wüsste, die Ärzte könnten ihm dann sein Augenlicht wiedergeben. Nur sein Augenlicht. Jeder wird alt werden. Jeder wird alt, krank. Guck mal, wie schnell die Zeit vergeht. Überleg mal, wann warst du noch 10 oder 20? Überleg mal, und jetzt, was weiß ich, wann 20, 30, 40, je nachdem. Überleg mal, wie schnell die Zeit vergangen ist. Lass dich ratzfatz und glaube es mir. Oder du musst froh sein, dass du heute hier sitzt. Du musst froh sein, dass du heute in dieser Nacht, in diesem Ramadan, hier sitzt in der Moschee. Und da musst du Allah verdanken, dass du hier sitzt. Denn viele Leute, vielleicht sogar die du kennst, vielleicht sogar mit dir verwandt sind, die sind jetzt an ganz anderen Orten. Ja, der Prophet Muhammad SAW, der sagt, jedem sein Platz, im Diesen und Jenseits, steht schon fest. Ist schon festgeschrieben. Das heißt nicht, dass Allah denjenigen gezwungen hat, in die Hölle zu gehen oder ins Paradies, sondern du machst die Taten mit deinem freien Willen. Aber Allah, subhanahu wa ta'ala, hat gewusst, was du machst und er hat das festgeschrieben. Jetzt könnte jemand fragen, ja warum dann die Probe überhaupt? Allah sagt, das Leben ist eine Probe. Ja, was würde jemand sagen, wenn er zu Allah kommt und dann Jungs und sagt, und Allah sagt, ja ab in die Hölle. Einfach so, der hat keine Taten gemacht. Wird er sagen, nee, er akzeptiert sich, warum? Jetzt mal so, wenn er das sagen könnte. Aber so wird gesagt, witzschön, jetzt das Buch, also singen wir es. Hier, kannst du gucken, was du gemacht hast. Dein Buch, deine Taten, du weißt, hier, das sind deine Taten. Das ist das ganze Geheimnis. Das heißt, das ist ein Beweis gegen dich. Das heißt, du hast tatsächlich das gemacht und Allah bestraft jemanden aus Gerechtigkeit und nicht für das, was er gemacht hätte, sondern für das, was er wirklich gemacht hat. Subhanallah. In erster Linie, ja. So, jetzt, wenn wir jetzt geredet haben vom Jenseits und wie wichtig das ist, dann müssen wir uns jetzt einfach mal vor Augen führen, was wir wollen. Ja, wenn man irgendetwas, ich habe gesagt, das Jenseits ist wichtiger. Jetzt muss sich jeder fragen, was er will. Will er das Paradies oder will er die Hölle? Er soll sich entscheiden. Jeder soll sich entscheiden, wo er hin will. Was sagt der Prophet Mohammed, was sagt, was sagt der Prophet Mohammed, was sagt, was Allah sagt, ich habe für meine rechtschaffen Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, noch was im Herzen und eines Menschen vorstellbar war. Das heißt, das Paradies ist besser als alles, was du dir vorstellen kannst. Alles, was du dir vorstellen kannst. Wenn du auch nur da einmal reingehst, glaub mir, du hast vielleicht jetzt Lust und du hast jetzt Ziele, Auto, wie ist das, im Paradies hast du alles und nicht die publige Wohnung, was weiß ich, die nachher wieder renovieren muss oder irgendwas oder die in die Luft gesprengt wird oder so Gas, Rohrbruch und so weiter. Nein, du hast die ewige Bleibe, Sache, die du dir nicht mal vorstellen kannst. So wenn du das weißt und das nicht für einen Tag und nicht für zwei Tage, nicht für drei Tage oder ich weiß, sondern für alle Ewigkeit, für alle Ewigkeit. Kannst du dir Ewigkeit vorstellen? Kann man sich gar nicht vorstellen. Irgendwo hört der Verstand auf. Mach mal eine Zahl mit 95 Nullen dran, da bist du schon gewissermaßen Irre. Wir rechnen also allerhöchstens mit 10 Nullen oder so. Wenn überhaupt, da fängst du schon an durchzudrehen. Überleg mal, nimm mal eine Zahl mit 95 Nullen, jetzt überleg mal die Ewigkeit. Keine Ewigkeit, du wirst immer zufrieden sein. Und jetzt kommt die Gegenfahrrichtung sozusagen oder der andere Weg, wo die Leute hingehen. Was ist das? Das ist die Hölle. Das ist die ewige Beine. Was gibt es dort für die Menschen? Ein Vers, Subhanallah, Surah Al-Qayyimah. Wahrlich, bei uns gibt es schwere Fesseln und Höllenbrand und Essen, was im Hall des Würgen hervorruft und schwere Strafe. Und Allah bestraft nur aus Gerechtigkeit. Das heißt, das ist die schlimmste Welt, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Und viele, ist das schon wieder zu weit, dass sie es gar nicht vorstellen können, wie schlimm diese Strafe ist. Ich gebe dir nur ein Beispiel. Wir sind viele aus Marokko, oder? Denke ich mal. In Marokko gibt es diese riesen Backöfen, wo die ganzen Leute aus der Nachbarschaft hinkommen und dann bringen die ihr Brot dahin. Das wird gebacken im Meer und das wird in dem riesen Backofen gebacken. Du musst mal, wenn du das nächste Mal in den Urlaub fährst, dann musst du dich mal vor den Backofen stellen. Der ist richtig groß. Da kann man richtig reinklettern und dann musst du mal da reingucken in diesen Backofen. Und dann stell dir mal vor, man muss zu dir sagen, komm, geh mal fünf Sekunden in den Backofen rein, danach kannst du dein Leben lang alle Sünden machen, die du willst. Alle Frauen haben, alles klauen, was du willst. Aber man hat die Klauen gerne. Die haben lange Finger. Du brauchst nicht zu beten, du brauchst gar nichts zu machen, du brauchst nicht zu arbeiten, also du brauchst gar nichts für diese Religion zu tun. Du kannst Alkohol trinken, Drogen nehmen, Haschisch rauchen, Kokain schnüffeln, alles. Ich denke vor, fünf, nicht Minuten, Sekunden. Ich sage, keiner geht da rein, fünf Sekunden. Keiner. Warum? Weil der kann gar nicht da rein gehen. Wenn der auch nur die Hand reinsteckt, hat er noch nicht über den Boden berührt, dann springt der schon wieder raus vor Schmerzen. Geht gar nicht. Hier ist zu viel. Du schaffst es gar nicht, da reinzukommen. Sobald du in diesen Backofen reingehst, du wirst sofort schreien und rausgehen. Jetzt überleg dir mal die Hölle. Wo du eingeengt bist. Wo du noch dazu schwere, schwere Sachen zu essen und zu trinken bekommst. Wo die eingeweide, die die eingeweide zerfetzen. Und das ist nicht für fünf Sekunden, achi. Das kann für die Ewigkeit sein. Es kann sein, dass Leute dort reingehen in diese Hölle und glaubt es mir, es ist realer, als dass wir hier sitzen. Und sie kommen aus der Hölle nie mehr raus. Nicht einen Tag im Backofen in der Hölle. Und die Hölle ist siebtisch mal heißer als das heißeste auf der Welt überhaupt. Der Backofen ist ja nicht mehr das heißeste. Und jedes Mal, wenn die Haut verbrannt ist, wird eine neue Haut gegeben. Und alle Arten von Strafen, die unvorstellbar sind. Wer diese Sachen vor Augen hat, der wird sich jetzt eine Sache fragen. Und das ist eine Tatsache. Jeder, jeder, der hier sitzt, der wird entweder in die Hölle gehen oder ins Paradies. Jeder, der hier sitzt, der muss sich das vorstellen, jeder Einzelne, der hier sitzt, der wird entweder ins Feuer oder in den Jannah gehen. Und Allah führt ihn in den Jannah. Für alle Ewigkeit. Jeder, so was wird er sich jetzt fragen. Was ist jetzt logisch, was er sich fragen wird. Wenn ich zum Beispiel zu jemandem sage, wenn du in der Schule, du wirst entweder danach kein Zeugnis bekommen oder du wirst Abitur bekommen, womit du studieren kannst und einen guten Job bekommst. Was wird der fragen? Der wird fragen, ja okay, wie kriege ich das gute Zeugnis, da ich damit Abitur machen kann. So jetzt ist die Frage, wie kommst du ins Paradies? Und das ist alles im Koran mehr als deutlich, deutlicher als in jeder anderen Schrift dargestellt, wie man ins Paradies kommt. Als allererstes, ich nehme einfach eine Suche, man könnte jetzt so viele Suchen, also man könnte den Koran, ihr könnt mir jetzt den Koran geben, ich schlage irgendeine Seite auf, dann wirst du es wahrscheinlich direkt finden. Fast in jeder Suche findest du das. Erste Sache, Allah sagt in Suche, weil die Suche kennen wahrscheinlich die meisten, Allah schwört beim Nachmittag, Allah ist der Einzige oder bei der Zeit, dem es gestattet ist, bei seiner Schöpfung zu schwören. Wir, als Geschöpfe Gottes, Geschöpfe Allahs, dürfen nur bei Allah beziehungsweise bei seinen Eigenschaften schwören. Es ist zum Beispiel nicht erlaubt zu sagen, wannabe, es ist Haram, ist das. Ich schwöre beim Propheten oder solche Sachen. Weil der Prophet so aus dem Sagen sagt, men halafa bi ghayri lahi fakat kafra u ashraka. Das ist ein Hadith o Kaimakor Rasulullah Und jetzt, er schwört beim Nachmittag, was sagt uns dieser Schwur? Der zeigt uns, dass dies eine wichtige Sache ist. Dann sagt er, inna linsan alafi khussar walish inna, das ist Harf Taukid, das macht die Sache richtig stark. Er könnte auch sagen, alinsanala fi khussar. Aber inna, das hilft, diese Festsetzung, das bestärkt die Sache. Und la fi khussar, la fi khussar, er könnte auch sagen, fi khussar, er sagt la fi khussar. Das ist eine arabische Sprache, das macht diese Sache ganz sicher, weil ich der Mensch sicherlich im Verlust, was sagst du dir im Verlust? Hölle heißt das. Jetzt geht's. Illa ladhina amenu. Außer, die, die glauben. Was heißt glauben? Als allererstes, glaube an Allah, glaube an die Engel, glaube an die Bücher, glaube an die Propheten, glaube an das, was am jüngsten Tag geschieht und glaube an die Verherberste mit ihren Guten und Schlechten. Und der Glaube, der bei einem Menschen im Herzen ist, der besteht aus als allererstes, also der Glaube, als Wahrheit im Herzen, als zweites, das Aussprechen mit der Zunge und als drittes, die Taten mit dem Körper teilen. Weil viele Leute hört man zum Beispiel sagen, ja, Glaube ist im Herzen. Kein Problem. Ich gehe jetzt mal kurz an den einarbigen Banditen in die Spielhalle. Ist kein Problem. Wir sagen nicht, dass der jetzt Kaffee ist, weil er zum einarbigen Banditen in die Spielhalle geht, aber wir sagen, du hast in deinem Herzen, in deinem Iman, einen Fehler hast du. Einen Naxx. Weil wenn dein Herz wirklich rein ist, das reine Herz führt zu reinen Taten. Und das schlechte Herz führt zu schlechten Taten. Und das ist etwas, was, deswegen sagt der Prophet auch, er sagt, weil manche, die bleiben bei Kolubikum, in einem anderen Hadith, da kommt auch Amalikum, weil die Herzen, ein gutes Herz führt zu guten Taten. Das ist schon mal das erste Problem bei der ganzen Sache. So, also wir fragen, dann fragen wir weiter, wo war es, wo war es, immer glauben. Jetzt geht es weiter, jetzt kommen wir zu den Taten, und die, die gute Taten tun. Was gehört zu guten Taten? Als allererstes, das, was Allah zur Pflicht gemacht hat. Als zweites zu guten Taten, das, was Sunnah, beziehungsweise Mustahab ist. Das heißt, Tarawih-Gebet ist, Mustahab. Das heißt, er wünscht. Das heißt, wenn du es nicht machst, kriegst du keine Sünde aufgeschrieben. Das, was Pflicht ist, zum Beispiel die fünf Gebete am Tag, weil die nicht spät ist sowieso, das ist schon wieder ein anderes Thema. Fünf Gebete am Tag, das ist, wer die macht, der kriegt den Lohn dafür, und wer die nicht macht, der wird dafür, kriegt dafür Sünde. Ja, Bruder, fragen danach, bitte. Weil sonst, geht das nicht durcheinander. Aber, schreibt ihr das ruhig auf. Aber ich glaube, das wird sowieso in Schala beantwortet. So, die fünf Gebete am Tag. Wer das nicht macht, Sünde. Wer jetzt Tarawih-Gebet nicht macht, und schwere Sünde. Eine der schwersten Sünde überhaupt. Frage, ist das schlimmer als Mord oder nicht? Das ist die Frage hier. Jetzt, zweite Sache, Mustahab, zum Beispiel Tarawih, wer das macht, hat eine gute Tat, wer es nicht macht, hat keine Sünde. Dann gibt es Sachen, die Makru sind. Makru, das heißt, unerwünscht. Wenn du die nicht machst, extra, um Allah damit zu dienen, ist das für dich eine gute Tat. Aber wenn du die machst, ist das nicht als Sünde aufgeschrieben. Und dann gibt es, Muharramat. Das heißt, Sachen, die verboten sind. Diese Sachen, wenn du die machst, hast du eine Sünde. Zum Beispiel, außerehelischer Verkehr mit einer Frau, mit der man nicht verheiratet ist. Das ist zum Beispiel eine der großen Sünden. Wo der Prophet S.A.W. sagt, wo er in einem Traum gesehen hat, in einer Vision, dass die Menschen, die Sina gemacht haben, in einem Ofen waren, nackt, Frauen und Männer, der unten breit waren, oben eng, und dann immer, wenn die Hitze von unten aufstieg, fing die an zu schreien, und so weiter. Und das kann bis zu jungen Kiyama dauern, das ist nur ein Barzach. Dann, das wäre zum Beispiel ein Haramat. Wenn jetzt jemand diese Sachen lässt, aus Gottes Furcht, er wollte zum Beispiel etwas stehlen, ist auch haram, und dann erinnert er sich, warte mal, ich fürchte Allah, er kriegt sogar von Allah, weil Allah ist derjenige, der Sachen übergeht, und der barmherzig ist, er kriegt sogar von Allah eine gute Tat aufgeschrieben. Weil der Prophet S.A.W. sagt, also wenn einer eine gute Tat macht, das ist wie zehn gute Taten. Oder es kann sogar noch mehr werden. Und wenn einer eine gute Tat vorhat, und sie dann nicht macht, aus irgendeinem Grund, er kommt nicht dazu, er kriegt trotzdem eine gute Tat dafür geschrieben. Und wenn jemand eine schlechte Tat vorhat, und sie nicht macht aus Gottes Furcht, der kriegt eine gute Tat aufgeschrieben. Und wenn jemand eine schlechte Tat vorhat und macht, der kriegt eine schlechte Tat aufgeschrieben. Natürlich gibt es jetzt bei den schlechten Taten, gibt es natürlich auch Bereiche, also schlimme Taten, die schwieriger, schwerwiegender in der Waage liegen, und Taten, die weniger schwer in der Waage liegen. Zum Beispiel, Alkohol trinken ist eine große Sünde. Aber zum Beispiel nicht zu beten, ist noch schlimmer als Alkohol zu trinken. Oder Sina mit einer Frau zu schlafen, mit der man nicht verheiratet ist, beziehungsweise mit einem Mann, ist ja im Prinzip dasselbe, ist nicht so schlimm wie nicht zu beten. Nein, diese ganzen Sachen. So, und das ist natürlich, und dann gibt es auch gute Taten, die schwerwiegender sind, als andere gute Taten. Ja, also zum Beispiel, ja, was kann man da zum Beispiel sagen? Zum Beispiel, ein Lächeln ist eine gute Tat, wenn man seinem Bruder ein Lächeln gibt. Das wird sogar als gute Tat gerecht, oder ein gutes Wort. Das wird als gute Tat gerecht. Aber zum Beispiel, die Hatsch zu machen, ist eine bessere, eine schwerwiegendere gute Tat. Weil der Maßstab davon, der ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagt er weiter, wir waren jetzt bei guten Taten, und diese Sachen sollen bei jedem vorhanden sein, um nicht zu denen zu gehören, die im Verlust sind. Also nochmal, wal asa, innal inzernal afi khussa, walich der Menschen im Verlust. Außer die, die glauben, muss schon mal vorhanden sein. Was ist, wenn jemand nicht glaubt, aber macht gute Taten? Das nützt ihm gar nichts. Weil die Voraussetzung dafür, dass die Taten angenommen werden, ist der Glaube. Wenn jemand zum Beispiel will, dass sein Gebet angenommen wird von Allah, muss Schahada vormachen. Er muss seinen Glauben bezeugen. Mit der Zunge. Und dann kommt das Gebet. Es sei jetzt zum Beispiel, jemand ist verhindert, jemand kann sie zum Beispiel nicht, oder hat die Zunge verloren, oder solche Sachen. Das ist natürlich wieder eine andere Sache. Jetzt. Jetzt, dann als nächstes kommt, nächste Sache, was man haben muss, man muss gegenseitig zum Guten aufrufen. Was ist das gute Aufrufen? Zu den ersten zwei Sachen aufrufen, also zum Glauben und zu den guten Taten. Und als vierte Sache, die Geduld auf diesem Weg. Der Aufruf, die Taten und so weiter. Das heißt, diese Sache muss man alle in sich vereinigen, wenn man nicht zu den Leuten gehören will, die in die Hölle gehen. Da muss man sich jetzt erst mal selber fragen. Jetzt fragt sich natürlich jemand, okay, was ist jetzt mein Nutzen davon, wenn ich Allah diene? Als allererstes, Allah hat dich erschaffen, damit du im Dienst. Da fragt sich natürlich direkt jeder, also Allah sagt im Koran, Ich habe die Menschen, die Jinn nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Da wird vielleicht irgendjemand sagen, ja, braucht Allah unseren Gottesdienst? Was ist die Antwort? Nein, ist die Antwort. Allah braucht unseren Gottesdienst nicht. Es ist ihm wohlgefällig, aber Allah ist kein Mensch, aber er hat uns dazu erschaffen. Aber wer braucht den Gottesdienst? Wer? Du! Du! Warum? Als allererstes, weil du bist dazu erschaffen worden. Das heißt, du bist mit dieser Natur erschaffen worden. Und wer nicht Allah dient, dient dem Satan. Auf irgendeine Art und Weise. Wer nicht Allah gehorcht, gehorcht dem Satan. Und der Satan will dich in die Irre führen. Das, was du machst für Allah, ist eine natürliche Veranlagung. Für die du erschaffen bist. Wenn du dieser natürliche Veranlagung folgst, dann wirst du zwei Nutzen haben. Als allererstes, Nutzen im Diesheits. Was ist der Nutzen im Diesheits? Ich sag's dir ganz klar. Das ist, dass du ein glückliches Leben haben wirst. Und das sagt Allah im Koran. من عمي لا عمالن صالحا من ذكرنا ونثا وهو مُؤمن فلن نُحييانه حياتن تايبتا Wer gute Taten macht, sei es Mann oder Frau, und dabei gläubig ist, dem werden wir ein gutes Leben bescheren. Und ganz lang geht's weiter. وَلَنُشْيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مِرْكَانُوا يَعْمَلُونَ Und wir werden ihnen nach dem Besten, was sie getan haben, vergelten, also den Lohn geben. Das kommt als zweites. Also hier wird alles wahr. Hier wird das Diesseitige Nutzen und Jenseitige Nutzen wird also aufgezählt. Als allererstes, dass du ein gutes Leben hast. Warum hat derjenige, der Gott nicht dient, kein gutes Leben? Und du wirst es sehen, glaubest mir, ich habe so viele Leute gesehen, jedes Mal, wenn ich irgendjemanden sehe, der ist geschieden, der ist dies, der ist das, guck mal, wie der Religion praktiziert. Und guck mal, wie er dann damit umgeht. Das sind für ihn alles nur Probleme. Für denjenigen, der an Allah glaubt, ist die Probe etwas, womit er leichter klarkommt. Weil jeder Mensch hat im Leben Höhen und Tiefen. Und der, der an Allah glaubt und wirklicher Gläubiger ist, der kommt mit diesen Sachen besser klar, als jemand, der das nicht macht. Und der Prophet, so aus dem sagt das, er sagt, alles, was dem Gläubigen passiert, ist gut für ihn. Wenn ihn etwas Erfreuliches trifft, dankt er Allah dafür und es ist gut für ihn. Und wenn er eine Probe wieder fährt, dann ist er geduldig und das ist gut für ihn. Allahumma ja'alna minasabirin. Und niemand geht das so außer den Gläubigen. Schau dir mal an, die Leute, die sich von der Botschaft abgedreht haben. Schau dir mal, wie viele Leute, die sich Muslime nennen, voll abgesunken sind. Im Drogensumpf. In allem Drum und Dran. Hast du schon mal jemanden, der wirklich richtig glaubt, in so einer Situation gesehen? Vielleicht hast du ihn in schwieriger Situation gesehen, aber guck, wie er damit klarkommt und guck, wie der andere damit klarkommt. Warum? Weil wenn du dem Satan dienst und du bist erschaffen worden, um Allah zu dienen, dann ist das genau so, als wenn du ein Benzinauto, Diesel, reintankst. Als wenn du einen Benzintank mit Diesel auffüllst. Und der Wagen wird nicht weit kommen. Und deswegen werden die Menschen, die Allah nicht dienen, in diesem Leben auch nicht weit kommen. Und selbst wenn sie weit kommen würden, dann werden sie im Gegensatz in die Hölle gehen. Und das ist die schlimmste Sache. Und das ist der größte Nutzen, den wir haben mit den guten Taten. Jetzt stellt sich die Frage für uns, was ist die Beziehung, darauf will ich auch eingehen, zwischen Glaube und guten Taten? Was ist die Beziehung davon? Weil da gibt es nämlich ganz große Probleme in dieser Sache und ganz große Märchenerzählungen, die irgendwelche Feinde des Islam oder irgendwelche Unwissenden in diese Umar hier hineingebracht haben, was so erzählt wird. Ich habe zum Beispiel mal jemanden getroffen oder ich bin in den Laden reingegangen, der hat Alkohol verkauft. Da habe ich zu ihm gesagt, hör mal Bruder, Salam Aleykum. Guck mal, du verkaufst Alkohol. Das ist doch Haram. Wisst ihr, was er sagt? Ich habe ein gutes Herz. Ich habe ein gutes Herz. Wenn dein Herz wirklich gut wäre, würdest du kein Alkohol verkaufen. Weil wenn dein Herz gut wäre, gesund wäre, dann würdest du Allah gehorchen. Oder willst du jetzt sagen, weil du ein gutes Herz hast, du musst dich nicht mehr an die Geburt halten? Willst du sagen, du hast jetzt Sonderstellung? Prophet, Salallahu alaihi wa sallam, Subhanallah, trink kein Alkohol und verkäuft kein Alkohol, aber du, Subhanallah, hast ein gutes Herz, du kannst Alkohol verkaufen. Was ist das für ein Dalai? Der andere sagt, ich bete nicht, aber ich habe ein gutes Herz. Khattah. Kann nicht sein, wenn du ein gutes Herz hast, musst du beten. Ist so. Tut mir leid, muss ich aber leider sagen. Das ist genauso wie ein Marathonläufer. Jemand, der ein schlechtes Herz hat, kann keinen Marathon laufen. Weil der bricht nach 10 Metern zusammen. Und jemand, der ein gutes Herz hat, der kann weit laufen. Der wird nicht nach 10 Metern zusammenbrechen. So einfach ist das. Und genauso ist das mit den gottesdienstlichen Taten. Jemand, der ein gutes Herz hat, im religiösen Sinne, nicht Herzklappenfehler, hat jetzt nichts damit zu tun, ja, der kann trotzdem im religiösen Sinne ein gutes Herz haben, der wird doch gute Taten machen. Und wer ein schlechtes Herz hat, der wird doch viele schlechte Taten machen. So, jetzt ist natürlich die Frage, was kann er dagegen machen? Weil man muss sich jetzt selber beobachten, wo sind die Taten? Betest du, kann ich dir schon direkt sagen, ist das Herz krank? Ganz klarer Fall. Weil wenn ich bete, gibt es Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Die Meinungsverschiedenheit ist nicht, ob der in die Hölle kommt oder nicht. Die Meinungsverschiedenheit ist, ob der aus der Hölle rauskommt oder nicht. Die sagen, der kommt auf jeden Fall in die Hölle. Die Frage ist nur, ob der ewig in der Hölle bleibt oder ob er nur aus der Hölle rauskommt. Und der Beweis dafür ist Koran und Sunnah. Der Prophet S.A.M. sagt als allererstes, zwischen dem Menschen und zwischen dem Schirr und dem Kuffer liegt die Unterlassung des Gebetes. Und was steht im Koran? Subhanallah. Außer die Gefährten der Rechten im Jannah fragen sie nach den Leuten, die in der Hölle sind. Was hat euch in diese Hölle reingebracht? Was sagt die erste Antwort? Wir haben eine Lage. Nein. Erste Antwort, wir haben irgendwas, was weiß ich, jemanden umgebracht? Nein. Erste Antwort, wir gehören nicht zu denen, die beteten. Erste Antwort, Prophet S.A.M. Was sagt Ibn Mas'ud, einer der großen Gefährten des Propheten? Der sagt, wer das Gebet verlässt, hat keinen Iman. So, und jetzt gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Interpretationen. Heißt das jetzt, dass der nur, das heißt, keinen Iman hat, beziehungsweise, dass der Iman schwach ist? Oder heißt das, dass der Iman gar nicht da ist? Deswegen, die Meinungsverschiedenheit, geht der in die Hölle und kommt nochmal raus oder geht der in die Hölle und kommt nicht mehr raus? Also sollte sich jeder, aber ich würde sagen, jemand, der nicht betet, der sollte sich in dieser Sache nicht auf den Ichtilaf verlassen von den Ulama. Das wäre nicht besonders, nicht besonders intelligent zu sagen, naja, vielleicht haben ja die anderen, haben die anderen ja recht, die sagen, ja, nach 20.000 Jahren kommt es vielleicht nochmal aus der Hölle raus. Weil wir haben eben schon von dem Pizzaofen in Marokko geredet, wo du noch nicht mal fünf Sekunden reingehen willst. Und Alhamdulillah, guck mal, wie leicht es unser Allah gemacht hat. Alhamdulillah, Allah hätte ja sagen können, Allah hat das Recht dazu, er hätte ja sagen können, du musst 150 Kilo Bankdruck drücken. Hätte das jeder geschafft? Nee, weil 150 Kilo Bankdruck ist schwer. Du musst viel pusten und pumpen und jeden Tag in den Sportstudio rennen und so weiter. Aber weißt du, Gebet ist ganz einfach, guck mal. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Alamin, Surah, Allahu Akbar, oder die Hände brauchst du nicht mehr zu heben, das ist nur Sunnah. Subhanallah Rabbil Adim, Subhanallah Rabbil Adim, da kommst du hoch, Samyallah Ali Man Hamidah, dann gehst du runter, machst du Jud, zweimal auf dem Boot. Ganz einfache Bewegung. Subhanallah. Und für die einfache Bewegung, für so eine einfache Sache, für so eine einfache Sache, kriegst du auch noch einen riesen Lohn. Der Prophet, der sagt, er hat das Beispiel gegeben von einem Gewässer vor einem Haus und er sagte, was würdet ihr von einem sagen, der so ein Gewässer vor seinem Haus hat und springt fünfmal am Tag in das Wasser rein? Würde irgendetwas von Schmutz an ihm dranbleiben? Was sagen die Gefährten? Nein. Also was ist mit jemandem, das ist ein riesen Lohn für so eine einfache Sache. noch die größte Lohn. Und es gibt im Jannah ein Tor, was für die Betenden ist, für die, die viele Nawafil-Gebete machen, die sich Kiyamu-Lein machen, die versuchen, die ganzen Sunna-Gebete, die Nawafil-Gebete zu machen. So eine einfache Sache, du kriegst so eine Lohn. Wo kriegst du im Leben bei einem Menschen für irgendeine Tat, die so einfach ist, so eine Lohn? Erzähl mir, pass auf, das Gebet durchzuhalten, der Prophet Sassam sagt, fünf Gebete hat Allah den Menschen vorgeschrieben, bei Tag und in der Nacht. Wer sich an diese Gebete hält, an diesem Fest hält, Wer sich an diese fünf Gebete hält, der hat einen Vertrag bei Allah, dass er in Jannah reinkommt. Und wer das nicht macht, der hat keinen Vertrag. Entweder er bestraft ihn oder er vergibt ihm. Wenn ich an diesen Gebeten richtig festhalte. Das heißt, du hast einen Vertrag bei Allah, dass du in Jannah reinkommst. An wie vielen Stellen im Koran wird gesagt, dass die Betenden, die Betenden, die Betenden, du hast einen Vertrag bei Allah. Wenn einer in die Hölle geht und er kommt irgendwann aus der Hölle raus, was heißt das? Der wird noch Ewigkeit im Paradies sein. Alhamdulillah. Gib mir einen. Wir haben jetzt vom ewigen Paradies geredet. Wir haben gesagt, ewiges Paradies ist besser als Wohnung in Bad Godesberg. Zwei Zimmer oder Drei Zimmer Wohnung, egal. Auch Vier Zimmer Wohnung, egal. Ewiges Leben im Paradies ist besser. Und auch besser als der Golf GTI. Das ist ewiges Leben im Paradies. So. Jetzt gib mir eine Sache, wo du am Tag, gib mir irgendeine, komm, geh zum Arbeitsamt, gib mir den Job. Ich will einen Job haben, wo du 25 Minuten bis 50 Minuten am Tag arbeitest und du kannst dir davon eine Wohnung, zwei Zimmer Wohnungen, also nicht Sozialamt jetzt, du kannst dir eine Wohnung in Bad Godesberg, drei oder vier Zimmer Wohnungen leisten. Wo? Findest du nirgendwo. Was ist das für ein Anstrengung? Bitte, bitte, wer nicht betet, erzähl mir, was ist dein Problem? Wer hält dich auf? Wer steht dir im Weg? Wer steht dir im Weg? Guck, hier, dahinten ist der Wasserhahn, du gehst dahin, schwuppdiwupp, wirst deine Hände, zack, 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 dreimal ist Sunnah, einmal ist Pflicht, du kannst es einmal machen, einmal Gesicht waschen, also einmal Mund, einmal Nase, Gesicht, Ende, Arme, zack, zack, Füße, Kopf, Füße, khalas, fertig. Dann stellt sich hin, du fängst an zu beten, zack, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, du betest das Gebet, zack, zack, natürlich jetzt nicht, zack, 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 normal beten, normales Tempo, nicht Hühnertempo, wie die Körner am Picken sind, wie manche Leute so beten, und so manche Moscheen gehen, dann wirst du das kennenlernen. So, du wirst, das, und für diese Sache, für so etwas Einfaches, kriegst du so einen Lohn. Und dann sagst du, nee, ich bin zu faul, morgens aufzustehen. Aber wenn du bei der Post arbeitest, die sagen dir, du musst morgens 5 Uhr aufstehen, sagst du, auch nicht, ich hab keinen Bock. Das heißt, du respektierst Allah nicht. Und die Frau, die sagt, ja, ich will keinen Kopfdruck anziehen, die respektiert Allah auch nicht. Wisst ihr warum? Weil wenn die nämlich zur Bank geht, und die sagen dir bei der Bank, du musst das und das, und das und das anziehen, dann sagt die, ja, okay, zieh ich an. Wenn die zum Beispiel in die Bank geht, im Minirock, und dann sagt der Bank, der Direktor von der Bank, sie können hier so nicht arbeiten, dann wird sie am nächsten Tag etwas anderes anziehen. So, was ist Allah sagt zu dir, Frau, Mädchen, Schwester, zieh Kopftuch an. Und du sagst, nee, du hast keinen Respekt vor Allah. Wallahi, dieses Dunja ist der Beweis für dich. Diese Dunja ist der Beweis für dich. Weil wenn sie morgen zu dir sagen, in der Schule, zieh eine Schulkleidung an, dann wirst du sehen, wie du die Schulkleidung anziehst. Und dir die Kopftuch anziehst. Wenn sie morgen in der Schule sagen, darfst du kein Kopftuch mehr anziehen, dann sagt sie, okay, kein Problem. Das ist das Problem. Wir müssen Allah wollen. Wir müssen Allah lieben. Wir müssen Allah gehorchen. Und da werden wir Erfolg haben. Und das ist eine ganz einfache Sache. So. Was gibt es noch für ein Problem? Dass jemand nicht betet. Ich sage jetzt ein Problem. Ein Problem. Das Märchen. Wieder das von den Gebrüdern Grimm. Ja, ich kann nicht beten, weil ich mache viele schlechte Taten. Und wenn ich schlechte Taten mache, dann kann ich nicht anfangen zu beten. Wer hat das erzählt? Hadith Sahir. Isnat über Iblis. Ist das. Den Hadith hat wahrscheinlich Iblis, der Satan, erzählt. Du darfst nicht beten, erst wenn du alle Taten richtig machst. Wer erzählt so einen Quatsch? Das ist das Problem, weil es immer irgendwelche Leute gibt, die einem einen vom Pferd erzählen. Ja, nee, da kannst du, du bist ja noch, ich fange erst später an, wenn ich nicht richtig. Weil wenn ich bete und ich mache schlechte Taten, ist es noch schlimmer. Was gibt es für eine Tate, die noch schlimmer ist, als Gebet nicht zu machen? Fällt dir was ein? Schirk, okay. Sagen wir, wenn jemand zum Grab geht, von irgendeinem Heiligen macht, Tawaf drumherum, okay. Der ist direkt aus der Religion raus, auch wenn er es hundertmal der Elah Elah da sagt. Aber okay, was gibt es sonst noch Schlimmeres? Das ist das Mord. Kann man sich darum streiten, was ich schlimmer mochte, oder nicht zu beten? So, hier ist das Problem. Was ist das Gebet? Das Gebet ist die Medizin für dein Herz. Wenn du eine Krankheit hast und der Apotheker oder der Arzt verschreibt die Antibiotika, sagst du dann, nee, lieber Arzt, ich nehme Antibiotika nicht, ich muss erstmal gesund werden. Danach nehme ich Antibiotika. Die werden jetzt, die hat sie nicht alle. Und genauso ist es mit dem Gebet, weil Allah sagt im Koran, das Gebet hat von den Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Deswegen musst du anfangen zu beten, damit du von den schlechten Taten wegkommst. Und es ist besser, du hast fünf Gebete gemacht und weil jedes Gebet, was du nicht machst, ist eine schlimme Sünde. Schlimmer als Sina. Also es ist besser, du hast fünf Gebete gemacht und hast eine Freundin, weil die Freundin ist eine Sünde, die sehr schlimm ist, aber ein Gebet nicht zu machen, ist schlimmer als die Freundin. Also hast du fünf. Fünf waren so schlimm. Das ist dann doch viel schlimmer, die ganze Sache. Also hier hast du eine schlechte Tat, hier hast du sechs schlechte Taten. Du hast die Freundin, hast Fesha nicht gebetet, hast Zoh nicht gebetet, hast Asa nicht gebetet, hast Maghrib nicht gebetet, hast Aisha nicht gebetet. Und hier hast du Fesha gebetet, hast Zoh gebetet, hast Asa gebetet, hast Maghrib gebetet, hast Aisha gebetet. Aber du hast die Freundin, die Sünde hast du noch. Und wenn du weiter beten wirst, wirst du von der Freundin loskommen. Oder die Freundin, kommt von dir los. Oder die Freundin, die nimmt vielleicht Islam an und du kannst sie vielleicht dann nachher heiraten. Inschallah. Weil, wenn du Islam nicht praktizierst, kommt die Freundin noch nicht zum Islam. Oder die wird auch, möchte gerne Muslimen. Ja, ich bin auch Muslim. Aber was soll sie lernen von dir? Nichts. Spielhalle oder was will sie lernen von dir? Nichts. Jo. Jetzt. Nächste. Jetzt mal zu der ganzen Sache hier von Jannah. Da komme ich auch zum Abschluss, Inschallah. Oder jetzt zum Fasten. Jetzt kommen wir zum Fasten. Natürlich, wir sagen als allererstes, in erster Linie, alle gottischen Taten, erst mal, dass man Allah gehorcht. Aber sie haben natürlich auch eine Weisheit, die wir erkennen oder nicht erkennen. Zum Beispiel, mit dem Gebet, eine ganz einfache Weisheit, dass du fünfmal am Tag betest. Du betest nicht alle fünf Gebete zusammen abends. Okay, das machen vielleicht manche Leute, aber richtig ist natürlich, dass man die zu den Zeiten betet. Ja, natürlich schuldet er die Gebete Allah, ja, wenn er die Sünde gemacht hat, muss er die trotzdem nachmachen, ja. Das ist besser, als wenn er sie nicht nachmacht. So, was ist jetzt mit dem Fasten? Was ist das für ein Training? Das Fasten ist jetzt ein Trainingslager, Bruder. Machst du Ramadan? Oder machst du, was machst du? Machst du September, Dezember? Viele Leute sagen, machst du Ramadan. Was ist das für ein Ausdruck, machst du Ramadan? Ramadan ist ein Monat. 24 Stunden. Aber Fasten geht von morgen auch grauen bis zum Sonnenuntergang. Fasten und Ramadan sind erst mal zwei verschiedene Sachen. Stimmt. Im Ramadan muss der Muslim fasten. Außer er ist krank und hat irgendwelche Entschuldigungen dafür, ja. Was könnte zum Beispiel eine Entschuldigung sein? Krank habe ich schon gesagt, gilt nicht. Auf der Reise. Auf der Reise, aber wenn die Reise schwer fällt, dann kann ich einfach sagen, ja, okay, ich reise jetzt. Weil manche sagen, ja, ich reise jetzt nach Köln, ist dann eine Reise für mich. Dann brelle ich das Fasten. Ja, zum Beispiel jemand, der eine Krankheit hat, die er gar nicht wegkriegt, oder sowas ja auch. Fasten muss eine Schule für dich sein, ein Trainingslager. Dein Iman muss gesäubert werden, dein Herz muss gesäubert werden. Du versuchst 30 Tage, hältst du dich von drei Sachen, speziellen Sachen tagsüber fern. Das ist Nahrung, trinken, also essen, trinken, und jetzt, wenn man verheiratet ist, ich meine, wenn man nicht verheiratet ist, sowieso, von geschlechtlichem Verkehr, mit seiner Ehefrau. Manche werden vielleicht von seiner Freundin, aber das ist sowieso unakzeptabel. Aber wir sind leider schon so weit gekommen, hier, ist ja klar, wenn man die islamischen Organisationen hier sieht, die uns da vertreten haben, da muss man sich nicht wundern, dass die Kleinen auch so weit kommen. Auf jeden Fall, das ist, du hältst dich also von drei Sachen fern, die eigentlich Hallel für dich sind. Und diese Sache ist wie ein Trainingslager für dich. Dann muss es dir erst, und das sind drei Instinkte von Menschen. Essen, trinken, und dieser Geschlechtsverkehr, jetzt zum Beispiel mit der Ehefrau, ist ein starker menschlicher Triebinstinkt, den der Mensch hat. Das heißt, du hältst dich von Sachen fern, die normal für dich erlaubt sind, Hallel sind. Für wen hältst du dich davon fern? Für Allah. Das heißt, den ganzen Tag beobachtest du dich selber. Und du weißt auch, dass du nichts Schlechtes sagen sollst, dass du nichts Schlechtes sehen sollst. Warum? Weil du diesen Lohn von Allah haben willst. Und weil du willst, dass Allah dir deine Sünden vergibt. Und das wird im Nachhinein dazu führen, dass Sachen, die zum Beispiel verboten sind normalerweise, und die nicht so einen Reiz haben, wie zum Beispiel Essen und Trinken, für dich leichter sind, sich davon fernzuhalten. Das heißt, du erziehst dich selber dadurch. Und Allah sagt doch im Koran, Das Fasten ist euch vorgeschrieben worden, so wie den vor euch vorgeschrieben worden ist, auf das ihr gottesfürchtig sein mögt. Oder vielleicht werdet ihr gottesfürchtig sein. Das heißt, wenn du wirklich, wenn du wirklich dieses Fasten richtig durchziehst, und dich richtig daran hältst, dann wird das bei dir etwas bewirken. Du kommst mit Iman rein in den Ramadan, und gehst mit Taco aus dem Ramadan raus. Und ich habe über dieses Thema schon geredet, und ich hoffe, dass sich ein Leute auf der Internetseite, die wahre Religion.de, sich das vielleicht mal angucken, weil ich habe darüber schon intensiver ein bisschen geredet, wie man den Ramadan nutzen sollte. Liebe Brüder und Schwestern, ich sage euch nur noch einmal, weil heute sind etwas mehr Leute da. Versucht bitte diesen Ramadan, versucht alles zu geben, dass ihr euch verbessert. Wenn ihr vorher irgendwelche Probleme hattet, irgendwelche Fehler, zum Beispiel jemand hat nicht gebetet, versuche in diesem Ramadan 30 Tage, das Gebet durchzuhalten. Mit der Hoffnung, dass Allah dir deine Sünden vergibt, und mit der Hoffnung, dass Allah dein Herz reinigt. Und dass du einer von den Betenden wirst. Und wenn du im Sujud bist, mit deinem Kopf auf dem Boden, deswegen bitte ihn darum, bitte ihn nicht darum, okay, deine Gesundheit, du kannst ihn auch darum bitten, du kannst ihn auch darum bitten, ein Auto zu kriegen, aber wichtig ist für dich, dass du von den Mutakim wirst, in diesem Ramadan. Und glaub es mir, wenn du einen Ramadan richtig genutzt hättest, dann hätte sich dein Leben verändert. Weil das ist, wofür Allah diesen Ramadan gemacht hat. Dieser Ramadan ist das Trainingslager, das Trainingslager für deinen Iman. Wie jemand, der ins Training, wenn jemand zu Olympischen Spielen geht, dann fährt er vorher beispielsweise ins Höhentrainingslager. Warum? Weil er wird hart trainieren, in diesem Höhentrainingslager, mehr trainieren als sonst, und danach wird er rauskommen aus diesem Höhentrainingslager, und ist bei dem Wettkampf richtig fit, richtig leistungsfähig. Und du machst jetzt dieses Höhentrainingslager, das heißt, du trainierst hier, du machst mehr als sonst. Du gehst abends zum Tarawih-Gebet, du machst den ganzen Tag Wicca, du versuchst jeden Tag ein Jus vom Koran zu lesen, du versuchst etwas vom Koran auswendig zu lernen, und dann wirst du, du machst das Fasten natürlich jeden Tag, und dann wirst du rauskommen, du bist leistungsfähig. Du hast im Ramadan dieses Gefühl entwickelt, wenn du zum Beispiel irgendetwas Verbotenes siehst, davon wegzugucken. Wenn du etwas Verbotenes hörst, du hast das Gefühl entwickelt, ich will das nicht hören, mach das aus, mach etwas anderes an, oder so. Ja, entwickelst du das Gefühl, wenn du es richtig machst, und das ist ein Zeichen, dass dein Ramadan angenommen wird, dann wirst du rauskommen, und du wirst besser sein. Deswegen, wer jetzt zum Beispiel nicht fünfmal am Tag betet, er soll sich vornehmen, das Gebet fünfmal am Tag zu machen. Wer beispielsweise eine Freundin hat, er soll in diesem Ramadan ganz fernbleiben, und er soll sich vornehmen, diese Sache zu beenden, auf dieser Ebene. Wer irgendeine schlechte, wer Wut hat, wer schnell wütend wird, wer schlechte Worte sagt, haasibu anfusakum qabla an tu haasibu, rechnet mit euch selber ab, bevor mit euch abgerechnet wird, so wie Oman al-Khattab gesagt hat. Schau dir an deine Fehler, jeder Mensch hat Fehler. Der Prophet Mohammed z.B. sagt sinngemäß, alle Söhne von Adam machen Fehler, und die Besten, die Fehler begehen, sind diejenigen, die Taube machen. Deswegen müssen wir dazu gehören. Und was gibt es noch für einen Lohn dafür? Jannah. Inshallah, wenn man diese Geduld hat, wenn man diesen Weg weitergeht. Und glaub mir, wenn man Allah liebt, man wird die Süße des Glaubens schmecken, man wird glücklicher sein als jeder andere Mensch. Jetzt sagt der Prophet und das ist das, was ich am Ende sagen will, er sagt, dass es von Jannah acht Tore gibt. Und wie viele Tore hat die Hölle? Sieben Tore. Und Allah sagt, in einem Hadith, in einer Rahmeti galabat gadabi. Inna ma kalakallahu al-khalq ketaba fi kitabihi wa hua endahu faukel arsh in einer Rahmeti galabat gadabi. Also es heißt, als Allah die Schöpfung erschuf, schrieb er in das Buch, das bei ihm über dem Arsch ist, über dem Thron ist, meine wahrlich, meine Barmherzigkeit hat meinen Zorn überwältigt, stärker als mein Zorn in dem Sinne. Und das Jannah hat acht Tore. Und ein Tor davon ist für die Leute, die, ist die Leute vom Gebet. Und ein Tor davon ist für die Leute von Jihad. Und ein Tor davon ist für die Leute von Sadaka. Und ein Tor ist für die Leute von Zorn. Dieses Tor heißt Arrayan. Das ist das Tor von Jannah für die Leute, die gebetet werden. Die, also die gefastet haben. Was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, ja okay, der eine fastet, der andere betet, der andere gibt Sadaka, der andere macht Dschihad und dann ist alles okay. Dann brauchst du nichts anderes mehr zu machen. Nein. Das bedeutet, dass diejenigen, die zum Beispiel viel gemacht haben in dem Gebet und im Gebet besonders gut waren und die, die Sadaka sich darauf, sage ich mal, spezialisiert haben in dem Sinne, viel Sadaka gegeben haben und die, die viel gefasst haben, dass die von diesem Tor gerufen werden am jüngsten Tag. Jetzt könnte man spekulieren, wie heißen die anderen vier Tore, weil nur vier wurden mit Namen genannt, aber unser Adab mit Allah ist, wenn wir hören, zum Beispiel, er gibt uns irgendetwas von Akhirah, dann machen wir dort Stopp, was der Prophet zuerst gesagt hat. Dann sagt nicht jemand, ja das ist bestimmt Kitab Umrah oder das Baab Al-Umrah, also das Tor von der Umrah oder das Tor vom Koran oder das Tor von Dabu oder das Tor. Allah-u-Alam, was das für ein Tor ist. Und hier wollte ich noch eine andere Sache stellen. Wir haben jetzt gerade gesagt, dass natürlich, wenn jemand fastet, dass das nicht heißt, ja er fastet jetzt und muss kein Gebet machen. Jetzt gibt es dieses, dieser Gedanke spuckt bei vielen Leuten im Kopf rum und das ist etwas, was viele Menschen vom Islam abgebracht hat. Das ist der Ausspruch und der ist falsch. Also wir haben eben gesagt, wenn jemand fastet, jeder ist einverstanden, ja der muss auch beten. Wenn jemand betet, muss er fasten. Ja ist nicht so, weil er jetzt betet, da muss er nicht mehr fasten. Jetzt gibt es leider einige, das ist ganz logisch, oder ist jedem klar, oder? Wer fastet, muss er beten und wer betet, muss er fasten. Das eine hebt das andere nicht auf. Jetzt spuckt in vielen Leuten dieser Gedanke rum oder dieser Ausbruch rum. Du sagst ihm zum Beispiel, du musst arbeiten und ich komme darauf, weil ich letztens mit einem Jungen telefoniert habe, der hat mich angerufen, dass er arbeitet und er hat gesagt, ja er betet nicht auf der Arbeit und so. Er ist in einem bestimmt islamischen Land in eine Moschee gegangen, da hat er einige ältere Leute dort getroffen, hat er sie gefragt, hat er gesagt, er arbeitet, muss er da beten. Was haben die zu ihm gesagt? Da haben sie ihm gesagt, ja okay, wenn Arbeit ist, dann brauchst du nicht zu beten, kannst sie abends alle nachholen. Lachst du da. Das wurde gesagt. Der erste Fehler ist, die haben eine riesen Sünde gemacht, weil die in der Religion reden, ohne Wissen zu haben. Und dann haben sie auch noch einen riesen Fehler gemacht. Weil, Allah sagt im Koran, inna salata kanet al mu'minina kitabin ma'kuta. Das Gebet ist den Gläubigen zu bestimmten Zeiten festgeschrieben. Das heißt, zum Beispiel, Fejr ist von Morgengrauen bis Sonnenaufgang. In dieser Zeit Spannung muss das gemacht haben. Vuhur ist von, wenn gerade die Sonne, der Schatten etwas größer wird, bis am Aser-Gebet. Und Aser-Gebet ist zum Maghreb-Gebet und Maghreb-Gebet, bis das Rote vom Himmel weg ist. Und Aisha-Gebet bis zur Hälfte der Nacht. Andere sagen bis zum Fejr. Okay, kein Problem. Lass mal stehen, eigentlich das korrekt ist, bis zur Hälfte der Nacht. Das heißt, in dieser Zeit müssen die Gebete verrichtet sein. Oder natürlich, wenn man auf der Reise ist, dann hat man die Möglichkeit, das Vuhur mit dem Aser zu kombinieren und das Maghreb mit dem Aisha-Gebet zu kombinieren. Das sind Erleichterungen. Aber wie kann jetzt jemand sagen, ja, du arbeitest, dann kannst du das Gebet vernachlässigen. Wir haben eben schon gesagt, sagt auch keiner, ja, du fastest ja, dann brauchst du nicht zu beten. Oder du betest ja, dann brauchst du nicht zu fasten. Ist schon mal einer auf die Idee gekommen, im Ramadan zu sagen, ja, ich bete ja, ist auch E-Berda, dann brauchst du ja nicht zu fasten. Und außerdem, ist Arbeit E-Berda? Nein. Arbeit ist erstmal keine E-Berda. Arbeit ist Mubah. Es gibt Kategorien von Sachen. Alle Sachen im Islam können wir in fünf Kategorien einteilen. Das ist die erste Pflicht, zweite ist erwünscht, dritte ist erlaubt, vierte ist unerwünscht. Fünfte ist wajib beziehungsweise fard. Also fard, frischt. Mustahab, erwünscht. Mubah, beziehungsweise halal, erlaubt. Mustahab, erwünscht und, Entschuldigung, ich muss sagen makruh, unerwünscht und haram, verboten. Arbeit ist erstmal eine Sache, die Mubah ist. Die erlaubt ist. Genau wie trinken, ist erstmal Mubah. Und Sachen, die Mubah sind, die erlaubt sind, beziehungsweise halal sind im Islam, die kann ich durch meine Nier zu einer Tat machen, die mir Adjah, die mir Lohn bringt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt trinke, mit der Absicht, einfach zu trinken, habe ich dann Lohn davon? Nein. Aber wenn ich jetzt trinke, mit der Absicht, um danach fit zu sein, beziehungsweise stark zu sein, oder dass mein Mund trocken ist, damit ich mit den Leuten reden kann, dann kriege ich Adjah dafür. Wenn ich esse, dann kriege ich von dem Essen erstmal keinen Lohn, gut essen, weil du willst sowieso essen. Aber wenn du jetzt isst, damit du danach stark bist und Kraft hast und zum Beispiel genug Energie hast, um im Tarawih-Gebet zu stehen, deswegen gebe ich jedem den Tipp, er soll seine Nier kontrollieren jetzt, wenn er zum Tarawih geht, er soll vorher essen, nicht einfach um zu essen, sondern er soll die Nier machen, die Absicht für sich erklären, dass er jetzt isst, damit er nachher Energie hat, um im Tarawih-Gebet gut zu stehen und fit zu sein. Das ist es. Und jetzt, wenn jemand arbeitet, beispielsweise, mit der Absicht, mit der guten Absicht zum Beispiel, Geld zu verdienen, um damit spenden zu können, diese Arbeit wird zu einem, Adjah, oder wird zu einer Sache, die ihm Lohn bringt. Oder jemand arbeitet mit der richtigen Absicht für Allah, zum Beispiel, er macht zum Beispiel eine islamische Hilfsorganisation, wodurch er auch Geld verdient, er hat sich für diesen Job entschieden, damit er dadurch auch den Muslimen helfen kann, dann kriegt er dafür Adjah. Oder wenn er damit wirklich seine Familie ernähren will, damit die auch gute Muslime werden, und so weiter, damit die vielleicht in die Koran-Schule schicken kann, oder solche Sachen, dann wird diese Iberdat, dann wird diese Arbeit eine Sache, die ihm Adjah bringt. Aber kein Mensch kann sagen, ja, okay, du betest ja, dann musst du ja kein, dann brauchst du, du arbeitest, dann musst du kein Gebet machen. Das ist total, der Leil Mubin ist das. Das wollte ich nur an dieser Sache sagen, damit in dieser Sache keine Missverständnisse entstehen. Okay, das müsste eigentlich reichen für heute. Liebe Brüder und Schwestern, wir müssen uns jetzt vornehmen, es ist jetzt schon eine Woche fast vergangen vom Ramadan, dass wir uns jetzt vornehmen, die Rest des Ramadans, nochmal wirklich richtig gottesfürchtig zu sein, uns richtig Mühe zu geben, und das Fasten zu machen, am Tag nicht schimpfen, ja, und dass wir zu den Geduldigen gehören, und dass wir viel vom Koran lesen, und wirklich viel machen an Ibel, damit wir unser Herz reinigen, unsere Seele reinigen, Inschallah.